Liebe Schlagerfans, liebe Kalimeros-Freunde. Wir sitzen alle im gleichen Boot und da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Wir haben alle eine ganz schwierige Zeit mit der Corona-Krise. Ich kann jetzt einfach wirklich nur hoffen, dass wir alle zusammen wirklich zu Hause bleiben. Ich würde auch allen ganz, ganz, ganz fest die beste Gesundheit wünschen. Und dass wir lang, gleich, gleich wieder sehen. Ich wünsche euch für die kommende Zeit alles Gute, nur das Beste, viel Gesundheit. Wir werden uns wieder sehen, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Bleiben gesund, bleiben zuhause. Schauen viele Alpenwellen, viele Musiklosen. Musik ist das Schönste, was es auch in dieser Zeit gibt. Ich habe dich einfach gern. Genau.